herzlich willkommen zu diesem youtube video heute packen wir zusammen die beiden neuen ipads von apple aus das ipad mini und das ipad 4 der nachfolge des retina ipad welches ja erst im mai in den verkauf gelangte aber jetzt schon durch einen nachfolger abgelöst wird ja ich war im apple store habe zugeschlagen eigentlich wollte ich ja zugegebenermaßen nur ein ipad mini dann dachte ich mir naja wenn schon denn schon schnappst du dir noch ein großes ipad dann können wir das nämlich noch vergleichen mit dem direkten vorgänger und ich gebe auch ganz offen zu ich gucke selber sehr gerne unboxing videos ist ja nur für eine minderheit wahrscheinlich interessant die meisten finden das eher dämlich ich finde das ganz cool wenn man leuten beim auspacken von lustigen und spannenden gadgets zuschauen kann vor allem wenn es gadgets sind die man selber eben nicht hat von dem her vielleicht wartet der eine oder andere von euch noch auf sein ipad mini und dann könnt ihr mir jetzt beim auspacken zuschauen und die sich eher für die technischen spezifikationen interessieren die werde ich ebenfalls bedienen ich erzähle euch nämlich ein bisschen was über diese geräte während wir sie auspacken so jetzt machen wir es natürlich spannend nämlich wir packen zuerst das ipad aus das ipad 4 ipad 2012 late late 2012 eigentlich ja dieses ipad hier löst das bereits bekannte ipad ab dass ich hier habe mit retina display ein ganz ein tolles gerät und das neue gerät ihr werdet es jetzt gleich sehen das sieht zuerst mal völlig unverändert aus ihr seht hier was haben wir da ja zuerst mal das ipad selber das legen wir da zur seite dann wie immer gewohnt minimalistische verpackung von apple hier haben wir so ein bisschen warranty garantie etc sorry hier liest kein mensch und dann hier natürlich ganz wichtig der usb anschluss beziehungsweise das usb ladekabel mit lightning connector weil ja auch das neue ipad einen lightning connector hat und dann hier das bekannte ladegerät mal kurz schauen das bietet jetzt 12 watt das ist also ein bisschen stärker als das vorherige welches 10 watt boot sprich dürfte wahrscheinlich etwas schneller geladen sein sonst ist in der kiste hier nichts drin so und dann holen wir uns das jetzt das legen wir mal noch ein bisschen zur seite hier ja packen das mal aus es ist ja viel drin und nicht viel dran an dem ding so jetzt legen wir es hier rüber und ihr seht ich habe hier die schwarze variante 64 gigabyte wifi wifi ganz einfach aus dem grund ich versuche eigentlich immer wenn möglich wenn es 3g gibt kaufe ich die 3g variante weil ich dann unterwegs auch jederzeit ins internet kann ohne wireless lan aber von den neuen ipads welche übrigens heute in den ersten bekannt gegeben wurde dass sie in den ersten drei tagen bereits drei millionen mal verkauft wurde und das sind im moment nur die wifi varianten weil die die 3g beziehungsweise lte variante die gibt es dann erst ende november anfang dezember in den usa und dann irgendwann später dieses jahres das kann ja dann eigentlich nur noch im dezember sein im rest of the world also hier ist das ipad sieht von außen ja genau gleich aus wir schauen mal hier ist der direkte vorgänger ebenfalls ich nehme das mal ab das smart cover so ihr seht hier natürlich gesperrte sim karte also ich habe hier die 3g variante was man ja hier oben an dem sieht aber sonst wenn wir das jetzt mal deaktivieren ja die dinger sehen genau gleich aus aber erster unterschied ist natürlich mal die kamera hier vorne beim neuen ipad hat es nämlich eine 720p facetime hd kamera also die ist ein bisschen besser als die hier die ja nur vga hatte erster punkt zweiter punkt wir haben beim ipad 4 beim retina display ipad hier unten jetzt natürlich auch den lightning connector wir schauen uns das mal so an dann seht ihr das noch ein bisschen besser tja ihr seht braucht viel weniger platz natürlich generell ich nerv mich zwar dass ich jetzt xx ganz viele kabel neu brauche weil ich überall ladegeräte verstreut habe aber sonst grundsätzlich bin ich eigentlich froh ich finde den leiten connector auch beim iphone 5 beim neuen ipod touch und dann auch beim ipad mini wie ihr dann sehen wer ist eigentlich eine coole sache das ist super den kann man nicht mehr verkehr darum einstecken der ist viel robuster also eigentlich im großen und ganzen eine ganz clevere sache wurde auch zeit dass apple den mal geändert hat ja ansonsten was ist neu daran wir haben den a6 x chip drin wohingegen im alten in anführungszeichen bitte im letzten retina display ipad war der a5 x chip drin der a6 x chip der ist ungefähr doppelt so schnell erste benchmark ergebnisse unterstreichen das auch also das neue ipad hier ist doppelt so schnell und ich kann euch sagen ich hatte heute eine präsentation von einem smarten produktmanager aus england der mir das gezeigt hat und der hatte eine vorversion von real racing 3 drauf kommt jetzt dann irgendwann mal in den nächsten wochen in den app store real racing ist ja ein racing game das immer so ein bisschen gebraucht wird um den power der neuen apple geräte zu zeigen die sind immer ganz vorne mit dabei wenn es darum geht coole grafik games zu machen ist ein rennspiel und das ist echt cool das hat wirklich das hat playstation niveau playstation 4 das sieht wirklich quatsch was erzähle ich denn playstation 3 natürlich das hat wirklich absolut geniale grafik rückspiegel spiegelungen wasser und so weiter also das ist ganz genial das heißt man merkt schon die grafik power die hier drin ist die wurde noch mal massiv verbessert gegenüber diesem modell ja ohne dass dieses modell jetzt gleich alt wirkt dagegen aber man kann ganz tolle sachen damit machen so das ist also wie gesagt das ipad 4 das aktuelle ipad mit retina display das lege ich jetzt mal hier zur seite und dann ihr freut euch ja vor allem auf das ich gebe es zu auch ich mir geht es ja auch so ein kleines schnuckelchen ipad mini 64 gigabyte weiß wlan weil auch dieses im moment wlan only zu haben ist so ich kann euch sagen mir ging es jedenfalls so und ich denke euch wahrscheinlich auch der ding ist great das ist wirklich ganz ganz cool weil es ist wahnsinnig leicht man liest viel drüber ich habe schon die keynote gesehen und die werde andere videos und man denkt ja okay ist ein bisschen kleiner wahrscheinlich auch ein bisschen leichter aber hey es ist extrem viel leichter es ist wirklich super leicht so also wir gucken uns das nachher an dann die verpackung same procedure as every year wir haben hier das kleine ladegerät das ist eigentlich dasselbe das wir auch beim iphone 5 dabei haben und dann hier natürlich wieder kabel usb to lightning weil ja auch das ein lightning connector hat so schließen dass hier wieder das mal weg so und dann pack mir das ding mal aus nicht so ich habe die weiße variante einfach weil ich ein fan bin ich finde das total cool diese weißen apple geräte das ist schon noch aus ipod ipod zeiten der war ja auch am anfang weiß ich finde das einfach das gefällt mir ja und ich kann euch sagen ein wunderschönes gerät schaut euch das mal an hier wenn man hier dieses finish anguckt ist genau gleich wie beim iphone der leiten connector rundherum die beiden stereo lautsprecher und dann auch hier wenn ihr das so anschaut ich weiß nicht ob man sie in der kamera sieht extrem edel gemacht hier wie das übergeht in den in den screen in der touchscreen und dann der große große touchscreen technisch entspricht das ipad mini eigentlich dem ipad 2 das heißt wir haben ein dual core prozessor a5 drin wir haben gleichzeitig ein display mit 1024 x 768 auflösung 7,9 zoll groß ist das ganze ding hier wir haben hier eine facetime hd kamera und hier hinten eine 5 megapixel kamera mit autofokus also eigentlich ganz gut ausgestattet das teil und hier auf der seite wenn wir uns das noch anschauen hier die lautstreceregelung und die portrait mode oder die quasi off switch dass es dass es still wird das kann man ja einstellen was diese taste hier machen soll die sind jetzt neu aus aluminium also nicht mehr wie beim anderen ipad hier aus plastik wie es das schon länger ja war sondern die wurden jetzt neu hier aus aluminium gefertigt und es sieht wirklich extrem schnickig aus so ich werfe das mal an mal gucken ist ja soweit vorgeladen dass man es einrichten kann das mache ich jetzt aber nicht sondern ich lege es mal hier ab und zeige euch noch was ich dazu mir noch geholt habe das ist das ipad mini smart cover gibt es natürlich auch dazu die bekannten smart covers und dies hier ist natürlich entsprechend auf die größe des ipad mini gelingt so jetzt zeige ich euch mal live im video dass ich nie weiß wie man die dinge öffnet es gibt irgendeinen ganzen cleveren mechanismus wie man es machen kann ohne dass man murkst aber ganz ehrlich gesagt ich murkse immer weil ich keine ahnung habe wie das eigentlich funktioniert also weiß ich da einfach dran rum und dann geht so einmal habe ich es geschafft das geht ganz leicht wenn man weiß wie aber ich weiß halt nicht wie so hier ist das smart cover der einzige unterschied zum normalen smart cover welches ich da unten habe das ist das von meinem anderen ipad hier ist das hier der magnetismus hier der magnet anschluss der ist aus metall beim großen und beim kleinen dieser hier ist das magnet in plastik drin funktioniert aber genau gleich guckt mal klack habt ihr es gehört zu so klost drauf und sitzt schaltet natürlich genauso auch das ipad an und aus und ihr seht jetzt hier bin ich jetzt im registrierscreen kann ich das ganze ding jetzt einrichten mehr aus der icloud zb zum beispiel ein backup zurück spielen lassen ja mache ich natürlich alles selbstverständlich werde ich dieses ipad mini hier mit dem nexus 7 tablet von google vergleichen selbstverständlich vergleiche ich das mit dem großen ipad selbstverständlich vergleiche ich das große ipad mit seinem direkten vorgänger und so weiter und so weiter da werde ich wohl noch das ein oder andere video dazu drehen und dann natürlich auf eifrig.ch darüber berichten aber das war mal nur so ein erster kleiner test wirklich ich sag's euch noch mal wenn ihr nicht sicher seid ob das ipad mini vielleicht nicht doch so eine gute idee wäre für euch geht mal in apple store holt euch so ein teil beziehungsweise nehmt es in die hand mir ging es auch so ich habe viel darüber gelesen habe es gesehen schon in diversen videos dachte ja das ist cool das will ich vielleicht mal haben aber die echte faszination dieses teils die kommt wirklich erst wenn sie in die hand nimmt es ist unglaublich leicht es ist wahnsinnig dünn es liegt super gut in der hand also wirklich klasse metall aluminium body hinten unibody also ganz ganz cool und das display so weit so viel kann ich euch auch schon verraten das ist wirklich gorgeous der der smarte engländer hat gesagt als gorgeous display und er hatte recht es sieht wirklich ganz ganz klasse aus überhaupt nichts von das ist doch kein retina display das kann man doch nicht brauchen das ist quatsch das braucht man auch nicht auf 7,9 zoll beziehungsweise wenn apple das hätte einbauen wollen dann hätte man das teil hier nicht für 350 schweizer franken kaufen können sondern dann wäre das doppelt so teuer wahrscheinlich drum kein retina display ist aber überhaupt kein problem braucht eigentlich nicht weil wie gesagt man hat die 1024 768 auflösung und mit dieser auflösung ist sichergestellt dass sämtliche apps alle 275.000 apps welche es fürs ipad gibt laufen da drauf ohne dass der programmierer der entwickler noch irgendwas ändern muss dran das ist ein riesen vorteil also alle apps die auf dem ipad 2 laufen laufen auch auf dem ipad mini so ich gehe jetzt mal hoch hänge das an mein mac spiel im backup zurück mache das gleiche mit dem großen ipad mit dem ipad 4 und werde euch dann auf eifrig.ch und wahrscheinlich auch hier auf meinem youtube channel weiter darüber berichten wie sich die dinger so im alltag schlagen wenn euch das video gefallen hat liked hier unten da unten kann man auf like drücken und schreibt einen kommentar lasst mich wissen wie ihr das findet ob ihr auch ein ipad mini kauft ob ihr das vorhabt oder ob ihr lieber ein anderes kleines tablet habt oder gar keins meldet euch we stay in kontakt wie so schön heißt ich bedanke mich ich bin ja schon cloud für eifrig punkt ch besten dank und bis zum nächsten mal tschüss